Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Ralf Schütt und im heutigen Video geht es um das folgende Thema. Was bedeutet Vermögen? Leistungsfähigkeit, Können, Geld und in Geld schätzbarer Besitz. Woher kommt der Begriff? Der Begriff kommt aus dem mittelhochdeutschen Vermögen, hier unten eingeblendet, und aus dem althochdeutschen Furimugam im Stande sein, Kraft haben. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und dass Sie jede Menge Kraft haben. Bis dann, Ihr Ralf Schütt. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.